In diesem Video möchten wir Sie durch die ersten Schritte mit Ihrem neuen Space Controller führen. Am Anfang steht die Installation der Treiber Software. Anschließend wird das Gerät in einen freien USB-Port des Computers angeschlossen. Zuletzt sollten Sie das Gerät testen und ein paar grundlegende Einstellungen mithilfe des Space Controller Panels durchführen. Legen Sie also die Treiber CD in Ihr Laufwerk. Die CD finden Sie zusammen mit dem Gerät in der Verpackung. Oder Sie laden sich die neueste Version von unserer Webseite www.spacecontroller.com herunter. Wie jeder Treiber erfordert auch unsere Administratorrechte für die Installation. Klicken Sie die Datei daher mit der rechten Maustaste an und klicken Sie auf als Administrator ausführen. Nach Auswahl eines Administratorkontos und Eingabe des Passwortes können Sie die Installation starten. Folgen Sie danach einfach den Anweisungen auf dem Bildschirm. Am Ende werden Sie aufgefordert, das Gerät anzuschließen. Stellen Sie das Gerät links neben die Tastatur. Der Space Controller ist für die linke Hand konstruiert, damit Sie in der rechten Hand wie gewohnt Ihre normale Maus halten können. Achten Sie darauf, dass das Display parallel zur Tastatur ausgerichtet ist. Diese Richtung ist die Z-Achse und es ist dann leichter, Objekte zu bewegen. Stellen Sie das Gerät also nicht so hin oder so, sondern so. Stecken Sie dann das USB-Kabel ein und warten Sie, bis das Betriebssystem das Gerät erkannt hat. Damit ist der Treiber installiert. Nun müssen Sie ihn starten. Dazu öffnen Sie das Startmenü, suchen nach dem Ordner Space Controller und klicken dort auf den Eintrag Start-Triver. Der Treiber wickelt seine interne Kommunikation mithilfe des TCP-IP-Protokolls ab. Daher schlägt jetzt die Firewall-Alarm. Aber keine Angst, unsere Software sendet keinerlei Daten ins Internet und Sie können den Zugriff bedenkenlos zulassen. Auch diese Erlaubnis müssen Sie durch Eingabe des Administrator-Kennwortes bestätigen. Sobald der Treiber läuft, erscheint unten rechts in der Treiber ein kleines Icon. Das Icon machen Sie am besten permanent sichtbar. Das Icon machen Sie am besten. Wenn der Space Controller angeschlossen ist, sieht man das an einem kleinen roten Kreuz. Das bei eingestecktem Gerät wieder verschwindet. Das Space Controller ist jetzt benutzbar. Über das Konfigurationswerkzeug können Sie ihn testen und konfigurieren. Sie starten es ebenfalls über das Startmenü, indem Sie auf den Eintrag Control Panel klicken. Oder Sie doppelklicken auf das Tray Bar Icon. Oder Sie drücken die Panel-Taste auf dem Gerät, um das Control Panel einzublenden oder auszublenden. Mit dem Panel können Sie sämtliche Parameter des Space Controllers komfortabel einstellen. Zum Beispiel die Empfindlichkeit der Kappe. Oder auch die Helligkeit der LEDs. Oder auch die Helligkeit der LEDs. Das wichtigste Bedienelement ist aber natürlich die Kappe. Wenn Sie sie anfassen, sehen Sie die Bewegung auf dem Bild des Space Controllers als weiße Linien und Kreisbögen symbolisiert. Für einen Anfänger ist es empfehlenswert, den sogenannten Dominant Modus zu aktivieren. In diesem Modus wird immer nur die am stärksten ausgelenkte Achse bewegt, statt alle Achsen gleichzeitig. Sehen Sie hier die Bewegung nach vorne, nach hinten, nach rechts, nach links, nach oben. Und die Rotation um die X-Achse, um die Y-Achse und um die Z-Achse. Zum Testen können Sie auch die eingebaute Würfel-Demo ausprobieren. Damit sind wir am Ende dieser kurzen Einführung angelangt. Vergessen Sie nicht, auch noch das geeignete Plugin zu installieren, falls Ihre Applikation eines benötigt. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch. Klicken Sie dazu auf Help User Manual. In weiteren Videos und auf unserer Webseite www.spacecontroller.com www.spacecontroller.com www.spacecontroller.com